Es dauert natürlich bis der Laden hier Plus macht. Aber es wird auch schon und tatsächlich habe ich jetzt sehr viel Geld. Hallo, meine Bauern? Ich habe nachts offen, sehr gut. Kommt mir gerade gelegen. Hier kommt auch etwas Neues, wie nur ein Wohnhaus. Ui, eine Opa. Ui, da kommen bestimmt sehr viele. Ah, schade. Kann ich mir nicht holen. Ah, da macht sich jemand breit. Hallo. Ich dachte, ich habe hier die Kontrolle über die Stadt. Das ist natürlich auch mein ärgster Konkurrent, der die ganzen guten Stellen wegnimmt. Hm. 60.000 kostet der Ausbau. Wenn ich halt ausbaue, dann kann ich garantiert nicht mehr Ding machen. Für eine Zeit lang. Bis vielleicht gar nicht mehr. Hier eine Filiale ausbauen. Brauche ich das unbedingt, ist die Frage. Hm. Mir ist sogar das fast wichtiger, ja. Dann mache ich das wegen Manager und Ding. Manager und Stadtweiterwerbung, die brauche ich einfach. Kann man schnell verbessern wieder. Franzpizza verändert jedenfalls nicht die Wirkung. Interessant. Gute Wirkung, das ist schön. Kann man machen. Hier macht immer noch Plus, gell? Die laden sich immer so tot aus. Gut, ich schließe eh gleich von daher. Es liegt aber an den Läden hier. Die nehmen mir alles weg. Alles ist jetzt in seinem Einflusskreis fast. Ich komme da nicht mehr ran. Und die Oper, wie gesagt, ist auch außerhalb meiner Reichweite. Hier in der Bar hilft zwar, das ist okay. Aber es rettet nicht mein Hinter. Ja, ich zeig mal her. Also mach Qualitätsmarkt, komm. Mach er was? Qualitätsmarkt. Exklusiv ist mir ein bisschen zu hoch. Das brauche ich auch wieder nicht. Ich muss nur aufpassen, dass die Preise stimmen überall. Eine Baumaßnahme ist abgeschlossen. Das ist noch ein neuer Laden hier. Ne, der war schon hier. Baumaßnahmen, was? Ah ja, genau. Darauf habe ich gewartet ja die ganze Zeit. Da war es. Baumaßnahmen ist fertig. Das heißt, jedes Restaurant bekommt jetzt einen Manager. Bitte nur die Besten. Und hier noch eine, bitte. Die kommt hier hin. So, muss bei der was ausgebildet werden? Nicht zwingend, nein, bei der, bei der oder bei dem, bei der auch nicht, gut. Der Möbelzustand passt ein bisschen auf, den habe ich nie repariert, gell, ist aber gar nicht so schlimm. So, da im Zustand machst du nichts, Qualität der Pizzen fümmelst du ein bisschen rum, den fümmelst du nicht, weil es bringt irgendwie nichts. Qualität der Pizzen, die kann ich eigentlich hochschrauben, doch. Genau, und hier genauso habe ich ja sehr viel Personal, das heißt, wir können das wieder komprimieren. Ups, falsche hochgeschraubt. So, und jetzt blieb ich vielleicht nur so wenig. Ja, ist okay. Es ist besser, wenn es so bleibt. Achso, und hier habe ich ja nicht so viel verbessert. Aber das Problem ist, hier habe ich nicht so viele Angestellten, gell? Ne, doch, zwei Angestellten, doch, 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 doch. Ja, dann auch hier gehen wir damit ab, bitte. Weiter, 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 weiter. Ui. Das hat mich aber insgesamt schon was gekostet. Hans Pizzei, so schlecht wie da? Was hat der wieder verboxen? Warum hat er vor allem die Wirkung? Doch, hat sie. Sie haben ein neues Missionsangebot. Warum ist es irgendwie schlechter? Schlechte Zutaten vielleicht, und die schlechter, ich überwachte die nicht. So, jetzt müsste die Wirkung allerdings so stimmen, dass endlich alle kommen. So, jetzt kriege ich das auch so viele Bonsen hin. Ich will keinen Schläger. Sie haben ein neues Missionsangebot. Ja, ich habe kein Geld, rede mir davon. Halbe Miete. Ich weiß nicht, wie viel würde es an den Kosten eigentlich. 12.000, also nicht so viel. Ne, mal eigentlich. Hm. Nicht so viel. So, Leute, ich brauche Geld. Wenn ihr jetzt mir kein Geld dran schafft. Danke. Sie haben ein neues Missionsangebot. Ich denke, zwei Tage am Stück darf ich im Minus sein, bevor sich die Bank beschwert. Sie haben die Mission erfüllt. Sehr gut. Das heißt, ich kann eine beliebige Filiale locker ausbauen. Das hatten wir schon mal, gell, die Diskussion. Ich weiß nicht, ich habe es da ja vergessen, wie das war. Ist nur der Architekt kostenlos? Oder auch die ganze Möblierung drumherum? Das habe ich schon beim letzten Mal vergessen, mir zu merken. Okay, ich sehe es, die werden mir zu extrem gerade. Viel zu extrem. Also der mit seinen drei Filialen nimmt mir hier sehr viel weg. Der hat auch aus irgendeinem Grund Erfolg. Der hat sogar jetzt ein Ding spendiert bekommen. Ich könnte natürlich hier in der Nähe ein... Ach du Scheiße, 10.000. Ich kann das nicht. Nein, der hat die Filiale. Das ist die... Oh. Das war meine. Ist das der schnellste Zugang zu ihm? Wenn ja, kann ich ihm das Ding klauen. Aber was ich ganz sicher jetzt mache... Noch mal einen Wettbewerb. Ich will... Äh, hier unbedingt. Äh, ne, ich möchte zu ihm. 10.000 Minus? Was habe ich gemacht? Was ist die Werbung? Ich brauche ja mindestens 2.000, sonst kann ich das nicht machen. Also bitte. Weil dann kriege ich Preisgeld, damit ich nicht so hier am Abgrund schlürfe. Der Preis wird noch etwas billiger. Das war eine gute Investition hier. Aber die werden halt noch ausgebildet. Auch wenn das gerade ihr Ende ist, die Ausbildung, dann kann es abgehen. Ich hoffe, das ist nur nicht zu spät. Äh, der sieht schon mager aus. Was hat mich so viel gekostet? Zutaten? Ist es jetzt gut, dass ich die so gemacht habe oder schlecht? Von einem anderen Lieferanten. Bisher verursacht er mir mehr Kosten als... Äh, ja, positive Aspekte. Komm, haut es weg jetzt. Gibt den Leuten was zu essen. Wenn die sich nochmal um 50% erhöht, die Reichweite, dann... Hoffentlich habe ich dann endlich die Stadt unter Kontrolle. Ja, den hier, sag ich auch. Was weiß ich, was heißt? Ah, 80 Stunden, das ist nicht viel, Leute. Und ich muss noch zwei Läden eröffnen. Also ein bisschen knapp haben sie die Zeit gemacht, gell? Das ist schon ein bisschen... Hetzend. Ich starte den Wettbewerb sofort, wenn ich das Geld habe. Ja. Äh, Touristen. Tourist, Tourist, Tourist. Gemüse nicht. Käfe. Gemüse nicht? Wie soll ich kein... Er hat kein Ding. Was soll ich da tun? Wenn die kein Gemüse mögen, kommt halt keine Tomaten rein. Käse macht sie sehr, gell? Käse. Eigentlich Käse, Fisch, okay. Käse, Fleisch, Fisch, Gewürz. Äh, nein, das habe ich schon, das habe ich schon. Tun wir ein bisschen Eda mal noch rein. Und ein Schafskäse in die Mitte. Käse, Fleisch... Nee, Käse macht nie sehr. Ich muss mehr Käse reinkommen. So. So. Das war das Fleisch, Mittel, Fisch. Musst du wieder abgehen. Dann geht's hier ab. Aha. Aha. Ich mache das jetzt nach dem selben Prinzip wie vorhin. Der Aufbau und so. Das seht ihr wahrscheinlich schon. Das hatte ja auch mein letztes Mal Erfolg. Also warum diesmal nicht? Die sieht so scheiße aus, die Pizza. Aber ich sage ja, was soll ich tun? Wenn die das von mir verlangen. Also Fisch, Fisch, Fisch mochten die sehr. Ups, Gewürze wieder. Ich liebe Gewürze. Damit so rum zu experimentieren macht eigentlich am meisten Spaß. Fast schon mehr als das Kochen. Was ist Belagdicke, Ausfallpreis? Ja, Belagdicke ist nicht gerade dicke. Fisch und Käse kann ich noch abgehen. Weiß ich doch nicht, wo ich hier. Käse, Käse, Käse. Parmesan habe ich dem auch noch nicht drin. Sieht da scheiße aus, aber was soll ich tun? Da ist Gemüse drauf, die kannst du eh vergessen. Schau, wieder Gemüse. Normalerweise machen die mal so eine scheiß Pizza. Und jetzt plötzlich so eine Fantastico. Die mögen kaum Gemüse bis gar nicht. Das ist schon richtig so. Ich lasse es jetzt. Ich hoffe aufs Beste. Und das Geld kam eh während der Zeit rein. Selbst wenn ich verliere, habe ich einen kleinen Vorteil. Und gucken wir, ob sich die Reinschalte vergrößert. Ja. Ja. Nein. Ich habe nicht gewonnen. Doch. Wahrscheinlich muss ich draufklicken, dann aktualisiert sie es. Ne, hat es schon vorher getan, bevor ich geklickt habe. Okay. Die Reichweite ist riesig. Werbung ist sowieso effektiv. Das heißt, ich habe jetzt Geld. Und die Macht. Ja gut, der Manager hat ja auch ordentlich dafür gesorgt, dass ich Vorteile habe. So. Jetzt brauche ich noch zwei Restaurants. Das ist so eine Sache. Vor allem, weil er mein Restaurant, was ich nehmen wollte, nicht mehr hat. 16. Ah, der, der. Der mietet es, baut es aus, gibt es wieder auf. Was ist das für ein Trottel? Das ist fast genauso teuer. Was geht? Hallo. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Ah, da. Ja, geht doch noch mehr ab. Das Kino wird ja sowieso gut bezahlt. Was soll ich tun? Das ist doch schrecklich. Wer denkt sich so einen Müll aus, bitte? Die müssen halt alle eine positive Bilanz haben. Nicht nur irgendwie. Das ist der einzige Weg zum Kino. Das heißt, die werden alle hier hingehen. Die kommen von da. Die kann ich aber auch so locken mit der Werbung. Okay. Das ist einiges teuer gewesen, gell? Ja. Gut, genug Kohle habe ich, dann mache ich das.